Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Der Körper produziert in jeder Sekunde etwa 2 Millionen rote Blutkörperchen, die das Hämoglobin enthalten. Eisenmangel ist eine der häufigsten Ursachen einer Blutarmut. Wird der Körper nicht ausreichend mit Eisen versorgt, kommt es zu einer sogenannten Eisenmangelanämie. Die Körperzellen erhalten dann nicht genügend Sauerstoff und können nicht mehr richtig funktionieren. Um das in Zukunft zu vermeiden, zeigen wir dir heute 5 akute Anzeichen, mit denen dich dein Körper vor Eisenmangel warnt. 1. Extreme Müdigkeit und Erschöpfung Müdigkeit ist eines der häufigsten Anzeichen für Eisenmangel, weil es bedeutet, dass dein Körper Probleme hat, den Sauerstoff zu deinen Zellen zu transportieren, was sich auf dein Energieniveau auswirkt. Menschen, die zu wenig Eisen im Blut haben, fühlen sich oft träge, schwach und können sich nicht konzentrieren. Obwohl Müdigkeit ein Zeichen für zahlreiche Krankheiten sein kann, solltest du deinen Eisenspiegel überprüfen lassen, wenn sie auch mit ausreichend Ruhe nicht verschwindet. 2. Häufige Infektionen Eisen spielt eine wichtige Rolle für ein gesundes Immunsystem, daher kann ein niedriger Eisenwert jemanden anfälliger für Infektionen machen. Rote Blutkörperchen helfen dabei, Sauerstoff zur Milz zu transportieren, wo Infektionen abgewehrt werden können. Rote Blutkörperchen transportieren auch Sauerstoff zu den Lymphknoten, in denen sich die weißen Blutkörperchen zur Infektionsbekämpfung befinden. Wenn jemand unter Eisenmangel leidet, werden die weißen Blutkörperchen nicht so gut produziert und sind nicht so stark, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommen, wodurch die Person anfälliger für Infektionen wird. 3. Haarausfall Eisenmangel, insbesondere wenn er sich zu einer Anämie entwickelt, kann zu Haarausfall führen. Wenn die Haarfollikel nicht genug Sauerstoff bekommen, gehen sie in eine Ruhephase über und die Haare fallen aus und wachsen erst wieder nach, wenn sich die Anämie verbessert hat. Es ist normal, etwa 100 Haarsträhnen pro Tag zu verlieren. Wenn du jedoch feststellst, dass du übermäßig viele Haare verlierst und sie nicht nachwachsen, kann das ein Zeichen für Eisenmangel sein. 4. Blasse Haut Hämoglobin verleiht der Haut ihre rosige Farbe, weshalb ein niedriger Hämoglobinspiegel die Haut heller erscheinen lässt. Wenn die roten Blutkörperchen zu wenig Eisen enthalten, werden sie kleiner und in der Mitte blasser, sodass auch die Haut blasser wird. Bei Menschen mit hellem Teint ist das vielleicht leichter zu erkennen, aber egal welchen Hauttypen du hast, wenn die Innenseite deines unteren Augenlids heller ist als normal, kann das ein Zeichen für Eisenmangel sein. 5. Das Restless Leg Syndrom Manche Menschen mit Eisenmangel entwickeln das Restless Leg Syndrom. Eine Störung, bei der du einen starken Drang verspürst, deine Beine zu bewegen. Der Drang geht oft mit einem unangenehmen krippelnden Gefühl in den Beinen einher, das den Schlaf erschweren kann. Kennst du noch weitere Anzeichen eines akuten Eisenmangels? Wenn ja, dann verrate es uns gerne unten in den Kommentaren. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da, vergiss auch nicht unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!